Aua! Kannst du mich hoch retten? Los, schnell! Warte, jetzt muss ich mich heilen. Ich bin doch nicht blöd. Ich hab ein Bild von dir gesehen, du hast keine Haare. Deswegen sag ich doch, da ist nicht mehr was dazwischen. Du verlierst doch das Shootout, Alter. Was, ich schreie? Das ist Port Vico, oder? Supper Lake. Da haben wir noch nie was Gutes passiert. Oh, Port Vico ist auch so ein Scheißladen. Ja. Ja, lauf ich so langsam, Alter. Bin ich auch noch behindert geworden. Ey, du überholst mich doch gleich. Oh. Oh. Ich hatte... Ach doch, ich hatte ein Messer. Okay. Ich wollte, weil ich den nicht ausgerüstet hab selbst. Wusste ich jetzt nicht. Was habe ich? Ach, schwierig. Hier, Mutter. Ich fühl mich so... So nackt. Warum leierst du hier hoch? Hättest doch drum rumrennen können. Du bist der Witz. Achso, ne. Geht nicht. War doch schon nicht so schlecht. Aber... mühsamer Kleinarbeit. Ich kann nicht mal schlagen, Alter. Ich kann nicht mal schlagen, Alter. Habe ich diese Schlagfähigkeit noch nicht alle und den Nahkampf... ich fühl mich grad ein bisschen komisch hier so... Hm. Habe ich gemacht. Da hat er geschossen. Oh, und er schnauft, Alter. Hier haben sie uns vorhin erschossen. Oh. 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 Da drinnen stampft rum, Alter. Komm raus, komm raus. Wir legen uns hier auf lauern. Ja, ist es höchst persönlich. Aber hier kann man eigentlich recht gut... Hier kann man es recht gut aushalten. Ey, wieso Visieren da gleich an? Achso. Wahrscheinlich will ich in diesem komischen Spielmodus. Er hält die Waffe auch permanent im Anschlag. Wahrscheinlich ist das hier so eine Ausdauersache. Kann ich das umstellen im Spiel? Jäger. Anwenden. Ja, jetzt nimmt man die Waffe wieder richtig. Und ich muss klicken zum Anvisieren. Da hinten bellen Hunde. Hm. Das ist bloß, das sind negatorische Bellen. Das habe ich vorher... Wenn wir da 20 Minuten warten. Ich weiß auch, wie oft geht. Das ist richtiges Hundige Bellen. Die sind richtig aus dem Häuschen. Die Höllen... Warte, ich höre was. Hier kommen Jäger, Alter. Ich sehe bloß einen auch noch. Wollen wir ihn uns holen? Er ist drinnen. Oder? Komm den Knall mal ab. Komm den Knall mal ab. Scheiße, er ist nicht mehr drinnen. Scheiße. Alles passt doch. Wir sind drinnen. Wir sind drüber. Der dicken Knall ist auch gar nicht mehr. Boah, der war allein, Alter. Wir hätten ihn schön weg machen können. Oh, da lief was. Irgendeiner ran da rum. Ja. Er macht das Tor auf. Okay. Aber wir können nicht runter. Woher kommen wir? Ja. Scheiße. Ist wieder raus, noch? Ja. Ich hoffe, er sieht die Leute rum. Ich hoffe, er sieht die Leute rum. Ja, komm, wir gehen raus den Knall mal ab. Nein. Bleib da. Egal, ob die jetzt kommen oder andere helfen. Wir sind wieder auf der Kinderposition. Wir sind drinnen. Der dicken Gesicht uns hekt. Aber ich habe hier eine Luke aufgemacht. Ich schieße ihn, wenn ich ihn sehe. Ja, das muss man. Aber ansonsten bleiben wir hier drinnen. Boah, ich dachte, er läuft hier oben rum bei uns, Alter. Das hört sich so an, als ob er bei uns drinnen rum läuft. Ja. Das schmeckt den, Alter. Ja. Das schmeckt den, Alter. Ja. Das schmeckt den, Alter. Ja. Steig mit Leiter runter. Ja. Scheiße. Er ist tot. Er hat uns weggeputzt. Gehen wir wieder rauf. Nein, lass uns doch hier unten bleiben. Nehmen, lass auf. Der kommt nicht hierher. Oder hat denn der schlechter ein Gar ausgemacht? Ne, der wurde erschossen, oder? Du wirst nicht. Wir waren erschossen. Ey, scheiße. Bei uns oben, Alter. Ah, fuck. Mist. Na, da. Von da. Da läuft er. Hm. Der hat einen Karabiner. Achtung. Oh, warte. Der weiß. Der denkt... Oh, da verbrennt mich die Drecksau. Der denkt bestimmt, ich gehörte zu dem anderen. Ja. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie es um mich steht. Aua. Scheiße. Der verbrennt mich. Aber... Warte mal. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Wenn der dann draußen... Oh, ich bin gelöscht worden. Wenn der draußen kämpft, kannst du mich auch retten. Los, schnell. Aber leise. Hocken gleich. Hocken gleich. Du hast viel Wummel in der Blesen. So. Danke, danke. Warte, jetzt muss ich mich heilen. Ich habe auch kein Medikit. Aber ich habe eine Spritzer. Oh, da ist er wieder. Nein! Er kam von da hinten. Er hat hochgeguckt hier, der Eumel. Pass auf, gleich kommt er wieder hier. Ich mache mal hier die Luke zu. Vielleicht will er es wieder wissen. Aber ich muss mich heilen, Alter. Was war denn das? Scheiße, man. Die ganze scheiß Tastaturen hier anders. Pass auf, der kommt bestimmt wieder hochgeschlichen. Der hat genau hochgeguckt, der Eimer. Nichts dabei, kein Dynamik, gar nichts, Alter. Ich habe Angst, dass der da die Leiter hochkommt. Ja, behältst du die Leiter am Blick? Okay. Du hast die Luke nicht im Blick, oder? Doch. Welche Luke? Da oben die Reikümer sind. Na ja, gerade so. Du musst früh leben wollen. Na, ein Balken. Also, 50 Punkte sind weg. Ich siegen. Wo? Hier bei mir. Okay. Und nur schießen, wenn du sicher einen Schusspunkt hast. Ist es ein Schwarzer? Ja. Okay. Brenn ihn meine Überwinden siehst. Vielleicht läuft er dann hier in meine Richtung und ich gebe ihm einen Fangschuss. Boah, ich bin tot. Wie das, Alter? Oh, na, okay. Kopfschuss. Wer? Der Typ? Leox. War das der Schwarze? Ich weiß es nicht. Pass auf, wenn es zu keinem du bist. Da will ich mich verbrennen, Alter. Kann doch nicht sein. Boah, ist aus. Okay, bist du unten? Ich bin auch weggefallen, ja, zum Glück. Scheiße! Mach dir zu! Scheiße! Mach hin! Mach hin! Ich klettere schnell hoch. Schnell Deckung. Lauf die Penner. Scheiße. Bauch, danke. Bitte. Mist, er kloppt sich da unten mit dem... Ich habe hier mal eine verpasst. Da hat er durchgeguckt, der Eimer. Was schießt du? Ah, das war für sich. Entschuldigung. Ah, nur wegfallen. So, pass auf, der Wartwurf an der anderen Seite kommt. Der hat Stellung wechseln. Gehen wir wieder an die Luke. Immer reißend. Ich glaube, der Treffer hat ihm gerade nicht so geschmeckt. Das war schade. Eigentlich müsste er tot sein, weil ich habe nur seinen Kopf gesehen eigentlich. Wir haben noch knapp 40 Minuten. Und irgendwann wird jeder nervös bei uns. Wir sind nämlich geduldig. Unser zweiter Vorname ist Geduld. Stimmt's, Manu? Mhm. Ich habe eine Idee. Ich erschieße den Fettsack, wenn er hier draußen vorbeigestiefelt kommt. Und dann hole ich mir... Dann... Verbanne ich den. Dann löse ich die Verbannung aus und bin wieder geheilt um den Lebensbalken. Und wir haben noch 35 Minuten. Reine Reine. Ja, die hält er aber auch aus wahrscheinlich. Erst mal gucken, ob das auswirkt. Möchtest du... Vorher warst du noch mal einen Vortrag. Sechs... Ausdauer. Und jetzt möchtest du vorstürmen, oder wie? Was? Ich will nicht vorstürmen, nö. Ich bin doch nicht blöd. Nee, wir haben ja noch Zeit. Oh, ey, dieses scheiß Headset. Das drückt so dermaßen auf den Kopf, Alter. Kauf dir endlich und alles. So ist es ja gut. Und es ist auch schön groß. Geht über die Wohren und alles. Schau mal, bei Sennheiser auch letztes Jahr. Ach, Sennheiser ist auch immer so teuer. Ja, das ist ja auch letztendlich. Die sind Kopfhörer, die sind Reklamationen oder sonstiges. Die sind neu überarbeitet worden und kriegst genau die gleiche Garantie, als wenn du das reinkaufst. Die sind aber teilweise um 50 Kunden oder noch billiger. Okay. Das drückt nach der Zeit so dermaßen auf den Fett und man... Und bei mir ist ja nicht mehr was dazwischen. Das ist jeder gleich. Das ist ja keine Dämmwolle. So, bei dir ist da nicht mehr was dazwischen. Nee. Ja, zwischen Headset und Kopfhörer. Ja, ja, ja. Jetzt rät mir den raus. Der war jetzt gut. Du kennst ja meine Haare. Du hast ja noch einen feinen Schädel. Da ist nicht mal was dazwischen. Naja, es drückt ja nicht runter bis auf den Kiefer, Alter. Und ich meine Haare. Welche Haare? Kopfhaare. Ich hab ein Bild von dir gesehen. Du hast keine Haare. Nee, deswegen sag ich doch, da ist nicht mehr was dazwischen. Junge. Das meine ich doch. Der Mann macht mich fertig. Ich erschieße ihn jetzt. Schön in Schädel. Warte, ich hab da mal in die Iva. Du verlierst doch das Shootout, Alter. Jetzt nicht. Nee, jetzt nicht. Erst kommen wir gehen raus und duellieren uns. Wollen wir. Wenn er kommt. Hey, warte, warte, warte. Ja, ja. Das ist ein Shootout. Dann kannst du schießen. Dann lass doch nur noch einen von uns. Ob ich ihn einen mit der Axt geben sollte. Aber okay, wenn er mich anfängt. Wo ist das Schwein gekippt? Junge. Sehr gut. Weißt du, was die dumme Sau gerade gemacht hat? Nee. Der hat eine Falle gekriegt. Was, eine Falle? Ja. Der Spinner von vorhin. Der Spinner von vorhin. Wo stand die? Warte. Aber ich bin ja auch lang hier ran. Wie so wahnsinniger. Wo ist es? Hier. Da bin ich glaube ich auch mal lang. Ich bin vorhin eingeladen. So, was auch jetzt. Ehst du gerade? Ja. Ich stehe eigentlich immer. Meinst du stehst oder gehst? Gehen. Gehen. Da habe ich gerade jemanden gehen gehört. Ja, das war ich. Ich. Ich sprang wie ein junger Gott durchs Gehölz. Oh Gott. Oh Gott, wie wird es schlecht. Mal einen kurzen Blick riskieren oder rennen? Oder kannst du mal schauen? Ich bin schon losgerannt. Hinterher ärgern wir uns. Ergern wir uns. Ich habe es auflegt. Vollkipp. Was? Keine Sehle. Ich habe es auflegt. Ach, der kann uns am Arsch lecken. Ja, der bringt mich durchs Tor. Er kommt wirklich durchs Tor, oder? Ist schon durch. Oh, ein zorniger Welcher. Was ist denn das? Oh, fünf Minuten. Oh, fünf Minuten. So, wir haben es ja nicht mehr weit. Da ist es ja schon. Ja, cool. Sehr schön. Oh, Jäger getötet, Alter. Du hast ihn doch erwischt. Habe ich ihn doch umgenietet. Ha, cool. Und wir sitzen dort und warten, Alter. Mann. Ich verstehe alles, wenn ich am Kopf auch aufhör. Sprich noch leiser. Was, ich schreie? Ich schreie nicht. Ich spreche bloß etwas lauter. Hast du gepennt? Ja. Okay, Jäger getötet. Lass uns mal sehen. Ein Jäger getötet. Tatsache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.